Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11411 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du ein Buch liest, kannst du in die Gedanken und Gefühle der Figuren eintauchen. Wenn du ein Buch liest, kannst du in die Gedanken und Gefühle der Figuren eintauchen. Die Hausärzte sind ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems. Die Hausärzte sind ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems. Die Hausärzte sind ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems. Ich trete im Theater auf. Ich spiele den Tiger. Glück kann man nicht sehen, aber man kann es im Herzen spüren. Glück kann man nicht sehen, aber man kann es im Herzen spüren. Glück kann man nicht sehen, aber man kann es im Herzen spüren. Verantwortung für die eigene Erholung fördert das Wohlbefinden. Verantwortung für die eigene Erholung fördert das Wohlbefinden. Mit einem Teddybären kann man die Welt der Fantasie umarmen. Mit einem Teddybären kann man die Welt der Fantasie umarmen. Mit einem Teddybären kann man die Welt der Fantasie umarmen. Wir warten auf den Beginn der Telefonkonferenz, die sich um einige Minuten verzögert. Wir warten auf den Beginn der Telefonkonferenz, die sich um einige Minuten verzögert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.